haus und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge ls 19 auf der oberkeit bach am wunderschönen guten tag und schön in der letzten folge habe ich angesprochen wir werden jetzt bald einmal die map ändern und ja das ist heute der letzte tag auf der map ja heute werden wir alles aufschreiben was wir haben was wir da gehabt haben und den ganzen logout bestände und alles ja jetzt habe ich noch den zum ansehen umgeschickt weil die felder werden wir dann auch alle verkaufen und dann werden wir einmal schauen wie viel man auf dem konto stand haben und dann passt das so da haben wir einmal aber ich glaube den nehmen wir nicht drauf weil auf die nächste map ist ja ein bisschen klein wir schauen mal kurz noch was der hat er bringt 11.000 euro beschreib ich schnell auf und dann können wir das im nächsten projekt machen und dann was haben wir halt nur Das Force haben wir U, D, D, Nein 0, 0 Und dann haben wir noch den MP-Track Und weiter Was auch mal dann noch Ein D, D, A-Coster Dann haben wir noch den anderen Und dann K700A Den MF-Archivio 140.197 Dann den Giliberg Und das Free-to-Full Und noch das andere Was haben wir noch Dann haben wir die Felder noch Die Maschinen brauchen wir Darf man uns zutaten auch noch rein oder Hier oder Dann schauen wir Amore quits noch Bis 49.000 Dann haben wir noch die Rapie Dann die Tempo-V auch Dann haben wir noch was Die FH-2200 Dann haben wir den Pedal 40.35 Das ist 50.5 Und wieder 100.50 FZ30 Dann haben wir noch das ganze da. Ja den Schweinestall brauchen wir nicht mitnehmen. So dann schauen wir einmal kurz was wir noch im Logger haben. Das ist Sojabohnen, Sojabohnen haben wir jetzt an 20.300, 20.000. 10.315. Was haben wir noch im Logger? Eigentlich nichts, das ist Hafer. Was haben wir? Die erste. Die erste ist das. 1908 und weiß. So jo der ist auch gleich fertig. Und dann schauen wir gleich mal. Und Dünger haben wir noch so. Aber ein Liter. Folk haben wir. Wie viel Ding haben wir noch? Dünger haben wir 1561. Und jo das war's dann. Da gehauen wir hier nichts mehr. No da ist nichts, da waren wir eigentlich noch nie. Und jo das war's dann. So der ist fertig. Was danke. Und äh. Startgut. Haben wir noch 830. so jetzt werden wir alles verkaufen gehen. Und zwar gehen wir jetzt auch mal da her. Okay, dann tun wir einmal das herkaufen. Mal ist weg. Mal ist weg. Mal ist weg. Mal ist weg. Ist weg. Mal ist weg. Mal ist weg. Mal ist weg. Bei Schweinen müssen wir nochmal schauen. Was da noch drin ist. Und dann haben wir eigentlich alles verkauft. Jetzt schauen wir kurz nochmal bei den Schweinen. So, das passt A, dann tun wir das A verkaufen. A, hier würde ich mich mal erst abkaufen gehen. Dann wir anwenden die Spannung. das passt dann auch na ja rechne mal doch auch so meine lieben freunde dann ja das war's das für die Folge ich hoffe euch hat das Projekt gefallen wenn ja dann schreibt es uns in die Kommentare und dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf einem neuen Projekt bis dahin macht's gut bis dahin Ciao